So, schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Pressekonferenz unserer Crocodiles nach dem Spiel gegen die Ostern Piranhas. Wir werfen nochmal einen Blick drauf, sehen das Ergebnis, 5 zu 2 verloren. Wir hatten heute Abend 1332 Zuschauer, eine Schussstatistik, die folgendes aussagt. Erstes Drittel 16-12 für die Crocodiles, zweites Drittel 15-17 gegen die Crocodiles und letztes Drittel 20-11 für die Crocodiles. Strafen gab es auch, eigentlich auf beiden Seiten. 27 Minuten gegen Rostock, darunter eine 2 plus 10 Strafe und 10 Minuten gegen die Crocodiles. Wir freuen uns, dass beide Trainer da sind aus Rostock. Christian Winke, schönen guten Abend, herzlich willkommen. Und unser Trainer, Jacek Plachter, schön, dass du da bist. Ich fange mal mit unserem Gast an, mit Christian, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Dein Statement bitte. Schönen guten Abend erstmal, ja, Statement zum Sieg. Natürlich drei Punkte, wir sind froh. Wir haben gesehen, im ersten Drittel war es ein sehr gutes Spiel, ich denke ein Spiel auf Augenhöhe. Im zweiten Drittel konnten wir die Überzahlen nutzen, haben mehr Druck aufs Tor geschafft. Und im dritten Drittel, ja, waren wir einfach zu unklever und haben die Strafen genommen, haben Hamburg nochmal wieder ins Spiel geholt. Zum Glück hatten wir heute einen starken Torwart, der das rausgeholt hat. Dankeschön. Jacek, dein Statement bitte zum heutigen Spiel. Guten Abend, Gertplatz, ja, und Christian, ja, voll verdienter Sieg. Ja, im ersten Drittel haben wir eigentlich ganz gut gespielt. Wir haben viele Chancen gekriegt, aber der Torwart war sehr gut, okay. Vielleicht ein oder andere Tore wäre nicht schlecht und dann eine unnötige Strafe in neutraler Sonne und dann steht schon ein 1-0 für Rostock. Und dann zweiter Drittel wieder zu viele Strafen und wir haben es gewusst, dass der Powerplay ist gut. Und die haben das heute gezeigt, dann drei Powerplay-Tore und dann vier, also drei vierte Tore eigentlich nach dem verlorenen Bulli. Das war ein kleiner Fehler, das darf nicht passieren. Und dann ist es schon 4-0 und dann ist es natürlich schwer, mit dem kleinen Kader zurückzukommen. Wir haben im letzten Drittel noch alles versucht, aber die Kräfte waren schon fast am Ende und die Jungs haben versucht, aber wir müssen von unseren Chancen mehr Tore machen, weil wir Chancen waren genug. Wir waren so ein bisschen weniger hungrig, um ein Tor zu schießen, weil die Scheibe war dort ein paar Mal vor dem gegnerischen Tor, aber heute war die Scheibe im Glück nicht auf unserer Seite. Danke. Ich muss auf das zweite Drittel zu sprechen kommen, 1-4 als drittes Ergebnis. Da hatten wir phasenweise noch ein bisschen das Gefühl, die Mannschaft bringt auseinander. Was war da los mit der Mannschaft im zweiten Drittel? Ja, die Ableichheit auseinander will ich nicht sagen, aber es ist natürlich ganz schwer, wenn man die gleichen Leute in Unterzahl und die gleichen Leute in Lieberzahl und fünf gegen fünf, dann lassen die Kräfte vielleicht ein bisschen nach und dann kommen die Fälle fast automatisch. Wir waren einen Schritt zu spät, wir waren mental vielleicht danach nicht so hundertprozentig. Das ist ganz normal. Wir haben alles versucht, natürlich, bei ein paar unnötigen Fälle, so ein bisschen Konzentration, das muss man ein bisschen mehr konzentriert sein, aber das ist schwer zu sagen, wenn einer oder andere spielt über 40 Minuten, spielt aber nur 60, also dann ist schon irgendwann die Konzentration des Nach- und dann Rostow hat das sehr gut ausgenutzt. Christian, ich muss bei dir nochmal kurz auf das letzte Drittel zu sprechen kommen. Es war für dich als Trainer natürlich irgendwie strafenreich. Wie erklärst du dir hier für 5 zu 1 und immer wieder irgendwie Haken, Haken etc. WP hat dir doch, wenn du so weit vorne liest mit der Mannschaft, ist das eigentlich gar nicht nötig, oder? Ja, nötig hat man es nicht. Das Problem ist wahrscheinlich, dass die Jungs dann schon im Kopf das Spiel abgehakt haben und halt nicht mehr den Schritt gemacht haben, den sie im zweiten Drittel gemacht haben und dadurch hinterhergelaufen sind. Und dann kommen halt leider diese Strafen, die Haken, Beinstellung zustande. Wie gesagt, wir haben Glück gehabt, dass wir einen guten Torwart hatten, der hat heute einen Sahnetag und wir können uns bei denen bedanken, dass die drei Punkte bei uns geblieben sind. Wie geht es bei euch jetzt weiter unter der Woche? Ich meine, es neigt sich auch langsam, dass die Hauptrunde gegen die Hauptrunde zu Ende. Ja, ich weiß nicht, wie wir Essen heute gespielt haben, aber ich glaube, wir haben noch rechnerisch die Chance jetzt auf den sechsten Platz und wir geben alles dafür. Wir haben jetzt zwei Spiele gegen Essen. Wir versuchen sechs Punkte zu holen und dann werden wir schauen, was passiert. Die Frage kann ich dir beantworten. Essen hat gewonnen in Erfurt, allerdings erst nach Penaltyschießen mit 5 zu 4, hat also einen Punkt liegen lassen. Ja, dann wünschen wir euch die Daumen. Schön, dass ihr da gewesen seid. Eingenehme Heimreise für euch. Und ja, euch am Mittwoch in Duisburg. Toi, 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 alles Gute. Ich habe noch Ergebnisse aus den anderen Reihstadien. Tilburg schlägt die Indiens mit 6 zu 1. Erfurt, Essen sagte ich gerade schon. 4 zu 5 nach Penaltyschießen und Leipzig gegen Braunlage nach dem zweiten Drittel 1 zu 2. Das war es von heute. Das war es für heute. Wir sehen uns wieder am kommenden Freitag zum Saisonfinale, sozusagen zum letzten Heimspiel der Crocodiles in dieser Saison. Gegne dann die Duisburger Füchse. Los geht es hier um 20 Uhr. Ich freue mich. Wir freuen uns auf Sie, auf euch. und wir sehen uns dann kommenden Freitag. Alles Gute, schönen Tag, schönen Rest Sonntag und einen guten Ause. Tschüss.